. 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 nicht weg ne? Oh ja, von ne Heimatz Organ. Oh mein Gott! áogite ist alle? Ach ich bin so aufgeregt! Sehst du echt den Turm da hinten? Wo ist dieser? Das ist ein Aussichtsplattform-Turm. Nee, doch. Das wird mir ganz anders gut. Hallöchen. Vietje, was mögst du denn, Doa? Du mögst nur wieder Blödsinn. Komm, ruht, Doa, Mensch. Mittagessen. Doa mögt weh hin. Doa ist der Anleger in Schleswig-Holstein. Juhu, Hallöchen. Er klöft doch ins Udland. Kijk mal, Vietje. Jo. Ist dat nicht der Turm von Otto? Oh, Olga, du dödsbaddel. Dat ist doch nicht der Turm von Otto. Ottos Turm ist doch in Ostfriesland, nicht in Schleswig-Holstein, midean. Jo. Jo. Stimmt. Kijk doch das an hier. Wir sind hier ein Udland. Jo. Du hast recht. Aber dafür sind die Schafe doch hier. Jo, guck mal, dat sind Schafe. Dat ist alles Olgas Fanclub hier. Hallo. Dat ist Schleswig-Holstein. Jo. Jo. Dat ist als Udland. Guck dir das an. Kijk dir das an hier, du. Oh, herrlich. Und siehst du doa, kijk mal. Dat sind die Hüser mit Räddach. Oh. Dat ist was ganz Feines, Olga. Dat ist fein. Jo. So ein Räddach muss. Fizie, komm mal. Fizie, komm. Du bist gut, Fika. Jo. Olga, schalig der Helpen. Jo. Ich helf schon, Helpen wieder. Jo. Jo. Ich kuck. So, mein Dean, pass ab. So, halt dich fest bei mir. So. Jo. 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 Vielen Dank.